Wir sind Eternals. Wir kamen hierher, um die Menschen von den Deviants zu beschützen. Wenn man etwas liebt, beschützt man es. Seth, ich hab ihn im Fernsehen gesehen. Sie hatten einen Cape und sie schossen Laserstrahlen aus ihren Augen. Ich trag nie einen Cape. Du kannst keinen von ihnen beschützen. Eternals. Nur im Kino. Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020